Lia Liebing beim Training. Viermal die Woche gibt die 25-Jährige in ihrem Fitnessstudio in Köln-Poll alles. Und obwohl sie oft an ihre Grenzen kommt, will sie nicht darauf verzichten. Ich liebe beim Training einfach dieses Gefühl zu merken, dass ich immer stärker werde und was mein Körper halt alles schaffen kann. Man hat eine Statue und dann schnitzt man sich, sag ich mal einfach im Strichen, daraus seinen Körper so, wie man es möchte. Schon seit vier Monaten bereitet sich Lia auf den wichtigsten Wettkampf ihres Lebens vor. Das Ziel Miss Universe in der Bikini-Klasse. Dieses Jahr soll es in Las Vegas klappen und dazu muss alles perfekt sein. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin schon fast auf meinem Bühnengewicht. Ich bin jetzt bei 59,2 Kilo und wir haben gesagt, so 59 Kilo ist optimal. Ein relativ normaler Körperfettanteil bei Frauen ist 20 Prozent und ich bin jetzt bei 9,5. Das ist natürlich schon deutlich, deutlich drunter. So sieht Lia aus, wenn sie hart genug trainiert hat. Vergangenes Jahr gewinnt sie zum zweiten Mal die Weltmeisterschaft in ihrer Klasse. Doch Lia ist auch reflektiert genug, um zu wissen, dass dies eine körperliche Ausnahmesituation ist. Man muss ehrlich sagen, das ist ein Leistungssport und es ist auch nicht mehr gesund die Wochen vor dem Wettkampf. Früher war sie Leistungsschwimmerin, kennt und liebt den Wettkampf. Trotzdem will sie keine Muskelberge, sondern definiert sein. Mir ist es total wichtig, weiblich zu bleiben und deswegen ist die Bikini-Klasse auch optimal, weil ich als Bikini-Profi-Athletin, muss man auch ehrlich sagen, natural sehr erfolgreich sein kann und das ab einer gewissen Klasse an Muskulatur halt nicht mehr so ist. Dass kurz vor dem Wettkampf die Adern sichtbar werden, gehört dazu und soll so. Das ist nichts Ungesundes oder so. Das ist einfach nur bedingt von dem geringen Körperfettanteil, dass es halt sichtbar wird. Jeder hat das im Endeffekt. Es ist halt nur versteckt unter dem Fett, sage ich mal. Viel Fett nimmt Lia gerade nicht zu sich. Ihr Essensplan ist durchgetaktet, obwohl sie Sushi liebt. Doch zurzeit ist das Menü nicht sonderlich abwechslungsreich. Ich esse tatsächlich mein Reis mit Hähnchen und Gemüse seit fünf Jahren jetzt mittags und ich liebe es jeden Tag. Man glaubt es mir nicht, meine Kollegen glauben es mir nicht, aber es ist wirklich so. Natürlich, wenn ich im Urlaub bin, mache ich auch mal eine Ausnahme. Doch Disziplin ist alles, auch wenn darunter manchmal das Sozialleben leidet. Lia nimmt diesen Verzicht gern in Kauf. Anfangs war es für die Familie schon sehr komisch, vor allem das Essen in Tuperschalen mitbringen. Und eben auf Familienfeiern auch mal nicht den Kuchen zu essen. Aber nach zwei Jahren hat es dann, glaube ich, jeder aus meinem Freundes- und Familienkreis verstanden und wusste, okay, es ist normal, die Lia bringt ihr eigenes Essen mit. Auch auf der Arbeit. Anfangs haben sich die rein männlichen Kollegen der Maschinenbautechnikerin noch gewundert. Inzwischen wundert sich keiner mehr. Die finden das cool, dass ich auch mit anpacken kann. Ich meine, ich konstruiere ja die Maschinen und wir bauen die auch selber zusammen teilweise. Und da fällt mir halt auch nicht schwer, mal irgendwie ein 15-Kilo-Teil durch die Gegend zu schleppen oder so. Jetzt muss sie aber erst mal Posen üben. Gar nicht so einfach auf den Hohen hacken. Aber Lia hat einen Traum und dafür ist sie bereit, vieles zu opfern. Mein größtes Ziel ist Miss Universe zu werden. Und den Titel möchte ich mir in Las Vegas holen am 20. Oktober. Ich weiß, dass das sehr, sehr hart wird. Ich bin 2022 knapp am Titel vorbei gerutscht. Doch wer so hart an sich arbeitet, wird vielleicht auch belohnt. Neben all den Wettkämpfen hat sie aber auch noch ein ganz persönliches Ziel. Und das wäre für mich so die coolste Herausforderung, zu sagen, okay, nachdem ich mal irgendwann Kinder habe, gehe ich nochmal auf die Bühne. Wenn man Lia so sieht, wird auch das ganz sicherlich klappen.